Projektiver Dialog, ein Bild malen. Was meine ich damit? Projektiver Dialog, Projektion, kennen wir diesen Begriff, wir projizieren auf etwas und Bild malen ist eher etwas sehr Ungewöhnliches in der Psychotherapie oder in der Beratungsarbeit und genau darum geht es hier. Projektiver Dialog, ein Bild malen. Es gibt viele Dialogmöglichkeiten, beim Essen, beim gemeinsamen Laufen, in der Talkshow, in einem Studio, am Telefon, per WhatsApp, liegend im Bett oder in einer frommen Therapiesitzung, mit und ohne Couch. Was soll aber ein projektiver Dialog sein? Ist dir schon mal aufgefallen, dass wenn du selber etwas zeichnest oder malst, Gedanken und Assoziationen dabei entstehen? Du denkst an dies, an jenes, während du dein Kunstwerk machst. Es ist äußerst produktiv für Gedanken. Alles entsteht frei, assoziativ, mit den Strichen, Farbnuancen, Formen. Bild und Assoziationen bedingen sich. Vielleicht kennst du das Phänomen, dass du dich, während du ein Bild malst, mit jemandem unterhältst. Du wirst feststellen, es inspiriert sowohl Gespräch als auch den Prozess des künstlerischen Ausdrucks. Und natürlich das Miteinander. Schau dir mal die auf YouTube existierenden Folgen von Wolfgang Beltracki, dem Kunstfälscher, an. Ich glaube, eine ursprüngliche Produktion des Schweizer Fernsehens. Eine Serie, immer so um die 30 Minuten herum. Er porträtiert dort verschiedene bekannte Personen der Öffentlichkeit und kommt beim Porträtmalen immer wieder in interessante Dialoge. Das entspannt nicht nur die vor ihm posierenden Menschen und ihn als Künstler, sondern das fördert geradezu oft einen konstruktiven Prozess des Miteinandererzählens. Und für den Zuschauer ist es auch interessant, für den Fernsehzuschauer, weil er einerseits dem Prozess des Bildmalens folgt, andererseits eine Geschichte hat und zwei Menschen, die sich in dieser Geschichte unterhalten und einfach zu sehen sind. Wenn Sigmund Freud hinter seinen Klienten saß, hinter seinen Klienten, also am Kopfende des klassischen Set, dann ermöglichte er ihnen, nicht nur den direkten Kontakt abgelenkt zu werden, durch den direkten Kontakt, den typischen direkten Kontakt, den Face-to-Face oder Augenkontakt, direkt abgelenkt zu werden. Wir sind ja befangen, wenn wir jemandem in die Augen gucken und er uns in die Augen guckt, sondern er ermöglichte ihnen, frei und doch im nahen Bezug zu sein. Das ist ja der Sinn dieser klassischen freien Assoziationen auf der berühmten Couch. Das Bild ist etwas Ähnliches. Eine Projektionsfläche für den gemeinsamen Dialog. Du glaubst gar nicht, wie hilfreich das für ein gutes Gespräch sein kann. Beide Dialogpartner partizipieren davon. Es entsteht also nicht nur ein Gespräch mit Befindlichkeiten, Erinnerungen, Klärungen, Erkenntnissen, Deutungsprozessen, also ein mehr oder weniger starker und produktiver Bezug, sondern obendrein ein Kunstwerk, was auch immer damit in der Folge geschehen mag. Es kann ein Porträt sein, aber auch etwas Abstraktes, eine Landschaft, ein Stilleben, was auch immer. Auf jeden Fall ist es sehr förderlich und meistens gleichzeitig auch sehr entspannend. Es umgeht die therapeutische Befangenheit, die oft unter dem Druck des Erfolges für den Klienten steht oder zu sehr den Ansprüchen des Klienten oder des Therapeuten folgt. Es lockert außerordentlich. Beide Beteiligte haben ein Medium, über das sie kommunizieren. Jeder ist ein Künstler. Schaffe ein Kunstwerk für den Menschen und dich. Befreie die übliche Therapie von ihren typischen Zwängen und Einseitigkeiten. Aufgabe, verwirkliche das.